Willkommen zu einer neuen Runde Let's Battle League of Legends. Es spielen Yuvi gegen Balazs. Die Picks sind absolut random. Wir lassen das Spiel für uns entscheiden. Wir spielen genau eine Runde auf Leben und Tod. Jeden Sonntag eine neue Folge aus zwei Perspektiven. Lasst die Spiele beginnen. Hallo und herzlich willkommen meine sehr geehrten Damen und Herren zu einer neuen Runde Let's Battle. Ja, hier spielt Leblanc gegen Super Teemo. Super Teemo. Seit wann hast du einen Super Teemo Skin? Den habe ich schon lange damals, als ich noch Teemo ein bisschen gespielt habe. Ich habe das erste Mal einen Chart, den ich einigermaßen schon mal gespielt habe. Ja, dieses Mal könnte es durchaus ein bisschen interessanter werden als die letzten Male, möchte ich mal so ganz stark behaupten. Denn wir haben beide Charts, die wir schon mal gespielt haben. Vielleicht ist es nicht bis in die Perfektion hinein, aber ein bisschen. Immerhin. Captain Teemo on duty. Go Bitch, Le Bitch meine ich. Irgendwie ist mein Mikrofon so tief. So, wie war das? Alter, ich habe es schon ewig nicht mehr gespielt. So, schon wieder. Ich weiß, ich bin nur am Jammern. Ja, ja, aber alles heult immer. Das kennen wir ja schon. Das wissen wir doch schon. Und ich habe vergessen, Facebook auszumachen. Kann sein, dass das jetzt ab und an mal plinkt. Plong. Plink, plong. Die Hexe ist tot. Grüß Gott, ich bin YouTube. Äh, Facebook? Was ich wissen schon? Das Fatsenbuch. Das Fatsenbuch, genau. Schau dir mal Visage an. Ich weiß, wo der Juvie ist. Ich weiß, wo der Juvie ist. Da, wo du nicht bist. So, ich habe mal gepinkt. Ihr wisst, wo er ist. Da? Hast du da gepinkt? Ja, ja, da ungefähr. Ah, okay. Also, ein bisschen anders, ne? Also, nicht ganz. Ja, gut. Verstehe. Aber ich habe es gesehen und dachte mir so, jetzt weiß er, wo ich bin. Scheiße. Scheiße. Ich habe einen Nachteil, ne? Trust me. Trust me. Trust me, I'm a Jedi. Oder Jedi. Wie man es ja im Englischen so komisch ausspricht. I am Jedi Master. Nein. Das war schlecht. Wir sind in den Timo. Oh, ist aber auch echt fies, irgendwie. Warum? Weil ich was an Range habe. Weil Timo eigentlich bitterböse ist. Nicht, wenn ich ihn spiele. Keine Sorge. Na, mal gucken. Vielleicht verliere ich ja auch mal wieder eine Runde. Das wäre schön. War ja letztes Mal auch so. Da habe ich ja auch mal auf den Sack bekommen. Ja, wenn du denkst, das ist. Richtig. Oder das ist Nasus beim letzten Mal. Ja, ich meine. Up, two, three, four. Zeit, um eine Appearance zu machen. Hatte ich Nasus ja doch, Nasus, klar. Nasus gegen, was war es? Pfff, Corki. Stimmt. Da hat er recht. Ja. Dein Cast Range ist so scheiße. War gut, dass du einen Menin erwischt hast. Ja, ne? Ja. Das freut mich. Wie war das nochmal mit den Dingen? Bla, bla, bla. Ach, keine Ahnung. Ist mir egal. Bla, 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 Gesülz. Bla, 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 irgendein Debuff. Passt schon. I do not care. Sag mal. Hab ich schon einmal erwähnt, dass ich deine Range hasse? Ich habe nur erwähnt, dass ich mich gerade verklickt habe. Ist okay. Finde ich gut. That's gonna sting. Geht einfach in den Bursch, wenn ich ihn hitten will. Na klar. Ich habe ja gesehen, dass du mich hitten willst. Das ist ja nicht dein Bursch. Gehe ich ja auf Nummer sicher. Sowas dreistes, ey. Sowas kacken dreistes. Yes, sir. Timo on duty. Ey, Arschloch. Haha. Was ist das? Was soll das? Ulti-Power. Ja, Spiegelbild, du bist doch gar nicht verräterisch. Nein. Nein. Scheiße. Hahaha. Entschuldigung. Ähm. Das ist meine Stimme gerade ein bisschen hochgerutscht. Ja, ja, das kommt vor. Ich will nicht mehr so komisch kichern, weißt du. Hihi-hihihihihi. Hihihi. Ich habe mich getötet. Hihi-hihihihi. Haha. Der hat mich getötet, warum habe ich eigentlich das verdum? Egal. It's all smoke in there. Pam, stirb. Pam, stirb. Also Pam, stirb. Armed and ready. Der hat so eine voll, so eine voll, hier, ne, so, ich bin klein und süß, Stimme. Er ist ja auch klein und süß. Er ist klein. Darf er auch die Stimme haben, dazu. Wie war das, Timos, der meistens sterbende Charakter? Gab's da sogar eine Statistik zu. Ich erkenne dich übrigens jetzt immer noch am Gift dann, ne? Ja, ist mir egal, Hauptsache ich bin weg. Und das bin ich, falls du es nicht mitbekommen hast. Echt, du bist weg? Hm, hm, hm. Juvie ist weg, habt ihr Juvie gesehen? Hallo. Have you seen my bear, Juvie? Nee. Ah, nee, Moment, das war Andy. Entschuldigung. Das war's so. Plopp. Ja, Minions greift mich an. Greift ihn an, Minions, macht ihn fertig. Gebt's ihm dreckig. So wie ihr es noch nie jemanden dreckig gegeben habt. Achso, scheiße, ich muss ja mit dem Gift aufpassen. Ja. Wenn du vergiftet bist und am Dauerstehen bist, ist das eine schlechte Idee, wenn ich nachkomme. Das ist keine Minions da. Naja, irgendwie nicht. Nein. Nein. Puh. Nein. Wo hab ich den Scheiß eigentlich gekauft? Verdammt. Egal. So. Hm, nom, 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 nom. Hm, 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 hm. Hm, hm. Hm, hm. Und dann? Achso, ich hab mehr Tränke. Wie geht's weiter? Hab ich vergessen, dass ich Tränke habe? Wie geht's? Du hast ruhig weiter vergessen können. Muss eh noch nicht einkaufen. Nee. Aber ich hab Tränke übrigens. Alter, mein Stuhl kotzt mich gerade ein bisschen an. Nicht nur dich, ey. Mich stört da auch schon die ganze Zeit. Kannst dich vielleicht mal hinstellen. Ich rutsche gerade immer tiefer. Das nervt ein bisschen. Oh Mann. Nehme aber auch deine Kette, deine Scheißkette jedes Mal wieder mit. Ja, ist doch gut. Meine Reaktionen sind immer wieder scheiße wie immer. Danke, Minion. Nein. Sehr schön. Danke, Gift. Gift ist eine tolle Erfindung. Geht so. Also ich finde es ziemlich cool. Jubi jetzt vielleicht gerade nicht. Es kommt uns auch immer darauf an, in was für einer Situation man sich gerade befindet. Ja, durchaus. Wenn ich jetzt hier gerade irgendwo von irgendeinem vergiftet wurde, finde ich es auch scheiße. Aber wenn du jemand anderen mal gerade so vergiftest, dann findest du es gut. Ja, ne, eigentlich nicht, weil Gift ist ja eigentlich die Waffe von Frauen. Deswegen benutzt es Timo. Weil Timo ist ja glaube ich eigentlich eine Frau. Du glaubst von jedem Charakter, dass eigentlich eine Frau ist. Nein, eigentlich ist nur Cockmann eine Frau. Machst du. Boah, warte mal. Oh, da hab ich zu schnell gedrückt. Sehr gut, dass du so schnell drückst. Drück immer zu schnell. Ah, ja. Du bist immer der Erste am Drücker, ne? Ja, quasi. Entschuldigung. Da kommt gleich noch was. Ich hab's euch gesagt. Es tut mir leid. Nein, es ist nicht euer Facebook, wie ich immer bei anderen YouTubern denke, wenn der an Facebook klingt. Vielleicht doch. Vielleicht kriegen die Leute zufällig genau in der gleichen Sekunde eine Nachricht von dir. So von wegen, mein Facebook hat gerade geklingelt. Oh, verdammt. Ich hab erreicht, was ich wollte. Ich bin tot. Was hab ich für verdammte Ziele. Ist ja dumm. Ja, das ist, äh, jetzt nicht ganz so klug. Alter, was macht denn hier so Schaden? Von den Minions ist durch den Schwurm gelaufen. Ach, echt? Ja. Ich hab keine Giftwolke über mir gesehen, deswegen. Wie gesagt, der ist im, im, im Gebüsch standen Schwurm und da ist ein Minion reingelaufen, weil die da blockiert waren. Ah, okay. Und das hat da schön die Welle hinterlassen. Warum sind deine Minions auch so schnell da umgegangen? Ah. Irgendwie hat's mir nirgends wo eine Giftwolke angezeigt. Ein bisschen AP habe ich ja inzwischen zusammen. Das war natürlich schlecht. Prost. Ja, da habe ich gerade irgendwie Dummheit verursacht. Ist okay, ist okay. Kann ich mit leben, finde ich gut. Ja, ja, Tivo ist halt so böse. Der burstet mich dann später so weg. Also, bürstet mich quasi weg. Boastie. Werd ich weggebürstet. Geboastied. Geboastied. Ist übrigens wichtig, dass... Komm schon. Leber. Nein, bleib tot. Ist okay. Huch. Ich brauche eigentlich noch ein bisschen Spellwampir. Spellwampir? Ja. Tivo. Huch, warum hat sie dir abgeschossen? Ach. Der hat noch einen Giftzick ab, weißt du? Du hast auf mich geschossen. Mit musst du rechnen. Echt? Alter. Was denn? Hast du einen Schwung gefunden? Nein. Mist. Kannst du nicht noch irgendwie mal durch den Pilz laufen oder so? Das wäre jetzt voll cool. Die Befürchtung habe ich gerade. Da steht bestimmt einer. Ja. Schade, das reicht aber nicht. Ne. Das nicht, aber trotzdem. Was wollte ich mir jetzt holen? Ach ja, genau. Ich erinnere mich. Irgendwie sowas. Ich finde das, ich finde das Passivbild, das Camouflage von Timo sieht so übel aus. Klassische Missdirektion. Da. Das war gut. Alter Vater. Boah, dieses Gift. Schau dir meine AP an. Ich habe inzwischen ein bisschen was. Ja, das Gift ist so übel. Mhm. Mhm. Uncool. Ja, Timo ist einfach zu stark gegen sowas. Scheiß Auto-Hitcher. Ja, ist okay. Kann ich mit Leben. Mit sowas kann ich umgehen. Braucht man keinen Skill für. Du hast nicht gesehen, dass ich hier Pilz hingestellt habe. Oder da. Na, jetzt schieß doch endlich. Ich habe da fünfmal auf dich geklickt und da kommt nichts. Was war das? Du klingst. Du klingst. Oh, dieser Fackstuhl. Alter. Nerv. So, Entschuldigung. Du klingst bei mir gerade ein wenig problematisch. Vielleicht hat dein Internet gerade ein bisschen gehustet. Ah. Toll. Ich habe da gerade 5000 Mal auf dich drauf gehauen und nichts passiert. Wie gesagt, du klingst auch gerade bei mir ein wenig verbraucht. Ja, schön. Jetzt ist es wieder besser. Da kann ich genau dein gebrauchen, wenn ich da nicht reinspringe. Nö. Ich bin ein Wurzauer. Äh. Irgendwie scheint ich wirklich ein paar Lacks zu haben. Kann sein. Ja, meine Frames ticken auch gerade ziemlich hoch, sehe ich gerade. Also ziemlich hoch, 60 habe ich. Frames? Äh. Ne, mein Ping war es. Oder? Ach, keine Ahnung, ich bin gerade echt verwirrt. Ich bin gerade ein bisschen irritiert von dem ganzen Kram hier. Außerdem geht mit Timo auf den Sack. Captain Timo, auf die Hand. Ich habe übrigens noch keine besseren Schuhe. Oh, du auch nicht. Nö. Wir sind beide sehr mobil, ne? Wir brauchen keine Schuhe. Gut, aber Leblanc ist zu sehr kass, da ist, dass sie die Supermins zu schnell genug down kriegen würde. Ja, ich kriege auch keine Tower weggepusht. Im Gegensatz zu dir eben. Ja, ziehst du rein, Alter. Ja gut, das war auch mein Litch-Bain mit, ne? Zwei Attacken kann ich auf dich wirken, dann bin ich tot. Du warst auch angeschlagen. Du warst auch mein Litch-Bain mit, ne? Hey, da ist so viel Platz zwischen euch und das Minion wird trotzdem getroffen. Ach man, das Spiel war scheiße. Ach komm. Das war wirklich scheiße. Ja, natürlich lasse ich dich gewinnen, aber du weißt, dass ich chancenlose Kämpfe hasse. Ja gut, klar, da war die Verteilung wieder. Das ist einfach die Verteilung. Ja, ja, das ist schon richtig. Das ist ja auch so regend, random. Ja, natürlich, aber wie gesagt, du weißt, dass ich mich über sowas herrlich aufregen kann. Ja, ich weiß. Ja, so bin ich da. Naja, was soll's, hab ich mal wieder aufs Maul bekommen, ist eben so. Genau, aber beim nächsten Mal sieht das Ganze vielleicht schon ganz anders aus. Man wird sehen. Auf jeden Fall danke ich euch mal wieder alle herzlichst fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Loi. Dann nächsten Sonntag oder zwischendurch, wenn ihr Bock habt. Wir sind da. Bis dann, genau. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.